Dokumentationsstelle Politischer Islam am Podium Integrationsministerin Susanne Raab, Islamwissenschaftler Mouad Khorchid und Extremismusexperte Lorenzo Vidino. Bitte. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir dürfen heute über einen Meilenstein in der Extremismusprävention im Kampf gegen den politischen Islam, in der Extremismusforschung sprechen, nämlich die Details über die Dokumentationsstelle Politischer Islam auch kundtun, die wir nun einrichten. Anlässlich der Gründung der Dokumentationsstelle Politischer Islam habe ich ein Expertengremium ins Leben gerufen aus anerkannten nationalen und internationalen Expertinnen und Experten, die bereits in den letzten Wochen sehr eng mit meinem Haus auch in Kontakt waren. Wir haben heute den Kick-Off gegeben in einer Veranstaltung heute Vormittag mit dem Expertengremium, einen sehr intensiven und produktiven Austausch gehabt. Die Expertinnen und Experten haben mich dabei unterstützt, die Ziele dieser Stelle, die Ziele der Dokumentationsstelle Politischer Islam zu definieren. Und ich möchte einmal an erster Stelle Danke sagen an die Expertinnen und Experten für ihren Input, für ihre Bereitschaft auch hier mitzuarbeiten, dass sie Zeit investieren, dass wir hier gemeinsam an einen Strang ziehen. Für mich ist die Einbindung der Wissenschaft und der Forschung in dieser Dokumentationsstelle ein ganz, ganz zentrales Momentum, weil es die Unabhängigkeit und die freie Wissenschaft und die freie Forschungsarbeit dieser Stelle sichert. Zwei Mitglieder dieses Expertengremiums, nämlich der Islamexperte Prof. Dr. Monat Khoschid und der Extremismusexperte Dr. Lorenzo Vidino stehen heute neben mir und werden später dann auch ihre Zugänge zu dieser Thematik darlegen. Eingangs ist mir eines ganz wichtig zu betonen. Man muss unterscheiden immer zwischen dem Islam als Religion und der politischen, extremistischen Ideologie des politischen Islams, die gefährlich ist für das Zusammenleben, die integrationsgefährlich ist, die unsere Werte, unseren Rechtsstaat und unsere demokratische Grundordnung konterkarieren und gefährden will. Ich möchte, dass diese Stelle somit die Religionsfreiheit in Österreich stärkt. Diese Dokumentationsstelle ist im Einsatz für die Religionsfreiheit unterwegs, aber natürlich auch um klar die Trennung vom Extremismus, die Trennung vom politischen Islam, von extremistischen Ideologien und vom Einfluss aus dem Ausland sicherzustellen. Die Dokumentationsstelle ist keine Stelle gegen die Religion oder gegen Muslime, sondern sie richtet sich eben gegen Netzwerke, Ideologien und ausländische Einflüsse, die oft unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit die gelungene Integration gefährden. Wir wollen, dass gerade auch jene Muslime, die mit extremistischen Ideologien nichts zu tun haben, dass genau jene Muslime auch gestärkt werden und somit die Religionsfreiheit in Österreich gestärkt wird. Die Aufgabe dieser Stelle ist es, Extremismen, Ideologien, ausländische Einflüsse zu erkennen, zu beobachten und damit auch einzudämmen. Die Grundlage bilden für alle politischen Verantwortungsträger auch gegen diese Einflüsse in Österreich vorzugehen. Warum braucht es diese Dokumentationsstelle? Zum einen, die Dokumentationsstelle war bereits ein Output, ein Ergebnis auch des bundesweiten Netzwerkes für Extremismusprävention und Deradikalisierung, eine Einrichtung, die es schon länger gibt, wo die Bundesländer, verschiedene Ministerien, aber auch die Zivilgesellschaft, beispielsweise das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes auch eingebunden ist. Man hat gesagt, wir haben in Österreich gute Stellen, die sich der Extremismusprävention und dem Kampf gegen Extremismus verschrieben haben, wie beispielsweise das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes für den Rechtsextremismus, aber auch beispielsweise die Bundesstelle für Sektenfragen, aber es gibt keine Einrichtung, die sich dem Kampf gegen den politischen Islam zum Ziel gesetzt hat. Also hier haben wir in der Extremismusforschung und in der Extremismusprävention einen blinden Fleck und deshalb war es schon immer diese Empfehlung, die wir auch im Regierungsprogramm verankert haben, die Dokumentationsstelle einzurichten. Auch heute der Expertenaustausch hat gezeigt, dass zahlreiche Studien diese Notwendigkeit belegen. Beispielsweise die Studie von Dr. Wittino, der über Netzwerke der Muslimbruderschaft in Österreich geforscht hat und gesehen hat, dass es hier auch einen starken Einfluss, einen internationalen Einfluss auf österreichische Akteure und Vereine gibt. Oder auch die Studie von Heiko Heinisch, die besagt, dass 87 Prozent der untersuchten Moscheen Integration nicht aktiv fördern, 37 Prozent behindern sie sogar aktiv, indem dort ein Narrativ verwendet wird, dass man mit der Mehrheitsgesellschaft nicht in Kontakt treten soll, dass eine Religion höher ist als die andere. Oder auch eine Studie über muslimische Gruppen in Österreich aus dem Jahr 2017, die benennt, dass 30 Prozent der Tschetschenen ein Verständnis haben davon, dass der Glaube mit Gewalt verteidigt werden muss, auch hier in Österreich. Und zuletzt auch eine Studie von Frau Professor Susanne Schröter, die auch in diesem Expertengremium ist, zu parallelgesellschaftlichen Strukturen. Die dürfte ich ja vor einigen Tagen vorstellen. Die sagt, dass es ausgeprägte parallelgesellschaftliche Strukturen in Österreich, insbesondere in Wien gibt, die den Nährboden bilden für Radikalisierung, für Gewalt, auch für diese Gewalteskalationen Favoriten und wie wichtig es auch ist, diese Stelle einzurichten. Wir möchten mit der Stelle also ansetzen, bevor es strafrechtlich relevant wird. Es geht hier um die Ideologien und den Nährboden, bevor es sozusagen sicherheitspolizeilich und strafrechtlich relevant wird. Es geht hier um eine Gefahr für unsere Demokratie und für unsere Werteordnung, für unser Zusammenleben. Die Dokumentationsstelle Politischer Islam ist auch im Regierungsprogramm verankert. Es war schon immer einer meiner ersten Schwerpunkte, seitdem ich angelobt wurde und mit einer Corona-bedingten Unterbrechung haben wir intensiv daran weitergearbeitet und nunmehr erfolgt die Gründung. Wie sieht nun diese Dokumentationsstelle auch formal aus, dass Sie sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen können. Die Dokumentationsstelle ist ein unabhängiger Fonds der Republik Österreich nach dem Bundesstiftungs- und Fondsgesetz 2015. Der Fonds wird eine eigenverantwortliche Leitung haben, also einen Direktor, eine Direktorin. Es ist mir aber wichtig, dass diese Leitung auf Basis des Ausschreibungsgesetzes und objektiver Kriterien auch eben ausgeschrieben und folglich auch durch eine Kommission ausgewählt wird. Der Direktor oder die Direktorin, ich habe ja persönlich nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mir gerne eine Frau wünsche an dieser Stelle, aber am Ende des Tages wird die Kompetenz den Ausschlag geben. Die Direktorin, der Direktor wird ein Team leiten aus fünf bis sieben Fachexpertinnen, Experten. Da wird es Kompetenzen oder braucht es Kompetenzen wie Sprachkompetenzen, dass man auch beispielsweise jemanden hat, der türkisch spricht, dass man auch jemanden hat, der arabisch spricht, dass man natürlich gewisse Kompetenzen im sozial- und kulturanthropologischen Bereich hat, aber dass man auch technische Kompetenzen hat, weil natürlich wird ganz zentral sein, dass man beispielsweise auch soziale Medien beobachtet. Ein starker wissenschaftlicher Beirat begleitet den Fonds mit nationaler und internationaler Fachexpertise, ganz zentral für die Stelle, für die Unabhängigkeit der Stelle. Der wissenschaftliche Beirat wird also die Wissenschaftlichkeit und Unabhängigkeit sicherstellen. Ich komme selber aus der Wissenschaft, ich war selber an der Universität tätig, für mich ist es ganz wichtig, dass wir als Politik die Ziele vorgeben, aber die Wissenschaft und die Forschung frei ist auch natürlich in ihren Ergebnissen. Der Sitz der Stelle wird in Wien sein und ich habe für dieses Jahr bereits eine halbe Million Euro aus dem Budget unseres Ministeriums in diesen Fonds investiert und selbstverständlich wird auch die Finanzierung für die laufenden Jahre sichergestellt. Mit dieser Finanzierung für dieses Jahr ist natürlich zum einen sichergestellt, dass der Personalaufwand, aber zum anderen auch, dass der Sachaufwand in Form von Studien, alles was die Stelle jetzt braucht, um arbeiten zu können, garantiert ist. Was wird die Stelle jetzt tun? Also klar muss noch einmal sein, wir als Bund, ich als Ministerin definiere Ziele, die Wissenschaft und Forschung ist frei, die Umsetzung, wie diese Ziele genau erreicht werden, das wird Aufgabe der Dokumentationsstelle und des wissenschaftlichen Beirates zu sein, das genau sich auch zu überlegen. Der Ziel, die Ziele, die ich vorgegeben habe, sind der Kampf gegen den politischen Islam, die wissenschaftliche Erforschung, Dokumentation und Information über religiös motivierten politischen Extremismus. Ein Ziel ist es, dass wir Vereine und Strukturen durchleuchten, dass sich die Stelle die Frage stellt, wer steckt hinter diesen Vereinen, wo gibt es Einflüsse aus dem Ausland, welche Ideologien liegen dahinter. Zentral wird sein, dass man die Aktivitäten im Internet beobachtet und wichtig ist die Transparenz. Die Stelle soll Transparenz schaffen. Sie soll Informationen aufbereiten für Behörden, für die Öffentlichkeit, für die Religionsgesellschaften, für die interessierten Medien. Es geht darum, dass alles, was die Stelle auch in Erfahrung bringt, zur Verfügung gestellt wird, um wirklich transparent und objektiv zu arbeiten. Die Stelle wird natürlich auch gemeinsam mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Es wird Kurse geben, Schulungen geben, um auch extremistische Ideologien erkennen zu können. Ein intensiver Austausch und die Kooperation mit anderen Stellen, die sich mit Extremismus beschäftigen, ist wichtig. Dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, aber auch andere Vereine und Expertinnen und Experten. Konkrete Beispiele, um noch einmal auf eine niedrigere Ebene zu gehen, sozusagen solche problematischen Ideologien, die die Stelle beobachten wird, sind, wenn in Moscheen vermittelt wird, dass eine Religion über der anderen steht, wenn wir in Moscheen Kriegsspiele mit kleinen Kindern sehen, wie wir es aus dem Jahr 2018 kennen, wenn Burschen in zweifelhaften Ehrkulturen am Schulhof den Mädels sagen, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Also da geht es um diese Generation haram. Wenn in Kindergarten und Bildungseinrichtungen problematische Ideologien über Lehrerinnen und Pädagoginnen verbreitet werden, wenn Vereine auch ausländische Konflikte nach Österreich tragen und wenn da patriarchale Kulturen verbreitet werden, die sich gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau richten, das ist für mich auch eine gefährliche Ideologie, wo wir von Anfang an den Riegel vorschieben müssen. Meine Erwartungen für die ersten Projekte, die ich der Stelle mitgegeben habe, sind eine klare Analyse der Ideologie des politischen Islam. Das ist nicht so leicht, da braucht man Grundlagenforschung, da gibt es ja Graubereiche zur Religion, da gibt es auch Graubereiche zu anderen Extremismusfeldern. Das klingt jetzt vielleicht wenig reißerisch, aber die Stelle muss auch Grundlagenforschung machen. Das ist die Aufgabe der Stelle. Es gibt hier wenig Forschungsarbeit bisher und die Stelle wird somit auch international einen großen Beitrag leisten. Zum Zweiten die Überblickskarte über Netzwerke und Vereine, die Ideologien in Österreich vertreten, also eine Art Mapping der Vereinslandschaft, damit sichtbar gemacht wird, welche Strukturen, welche Akteure, welche Ideologien hinter diesen Vereinen in Österreich stecken, welche Vereine sind dem politischen Islam zugehörig, welche aber auch nicht. Welche Akteure sind gute Partner, der Behörden, der Öffentlichkeit, welche sind es nicht. Wo kann die Öffentlichkeit die unterschiedlichen Stellen zusammenarbeiten und wo sollte kein Steuergeld auch in solche Vereine investiert werden, weil dort eine problematische Ideologie verbreitet wird. Und zum Dritten eine detaillierte Analyse dieser einzelnen Netzwerke, auch eine internationale Analyse, die internationale Vernetzung, hat auch das Expertencremium heute gesagt, ist ganz zentral, weil der politische Islam nichts an den Grenzen des Staates halt macht, sondern sozusagen in ganz vielen anderen Ländern auch reflektiert und wiederum Einfluss nimmt. Also da geht es um finanzielle und ideologische Verbindungen und Einflüsse aus dem Ausland. Ein Beispiel dafür wäre die Studie von Lorenzo Vidino eben zur Muslimbruderschaft in Österreich. Der regelmäßige Output dieser Stelle ist, also die konkreten Arbeitsaufträge. Zum einen, die Stelle wird einen jährlichen Bericht zum politischen Islam in Österreich abgeben, um auch über die eigene Arbeit zu informieren. Es wird darüber hinaus natürlich spezielle Studien geben in Bereichen, beispielsweise im Jugendbereich, wie ist die Entwicklung im Bildungsbereich. Es braucht einen jährlichen Bericht auch zur Entstehung von Parallelgesellschaften, ein Frühwarnsystem für Parallelgesellschaften. Das war auch ein Output aus unseren Expertengesprächen, dass wir früh hinsehen, wo entstehen parallelgesellschaftliche Strukturen, die einen Nährboden für Gewalt bilden. Mein Fazit, wir können in Österreich erstmals eine Stelle schaffen, die sich unabhängig und wissenschaftlich mit dem hochproblematischen Phänomen des politischen Islams beschäftigt. Die Stelle wird Schluss machen mit dem Wegsehen, sie wird ausforschen, sie wird transparent ihre Ergebnisse darlegen. Sie ist ein absolutes Leuchtturmprojekt im Kampf gegen den politischen Islam und Österreich ist ihr, das traue ich mich zu sagen, auch Vorreiter in Europa mit dieser Stelle. Und zum Dritten, ich bin Integrationsministerin und mir ist wichtig, dass diese Stelle einen wesentlichen Beitrag leisten wird zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch zum gesellschaftlichen Frieden und auch zum Gelingen von Integration. Vielen Dank. Herr Koshit, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben, wenn es um den Islamismus geht, wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark auseinandergesetzt mit Phänomenen der Gewalt, Phänomenen des Jihadismus, des Salafismus. Aber ein Phänomen haben wir fast, kann ich sagen, aus den Augen verloren oder überhaupt nicht beachtet und zwar eben das, was von Frau Ministerin angesprochene Phänomen des politischen Islams, das inzwischen sich so etabliert hat, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa, aber auch außerhalb von Europa, mit all seinen Strukturen, die sehr subtil auch in der Gesellschaft sich verbreitet haben, weiterhin verbreiten, mit einer gefährlichen Ideologie, die, wenn man genauer hinschaut, sich nicht so weit entfernt von eben salafistischen und jihadistischen Ideologien. Nur sie ist umhüllt mit einem Mantel der Integration, mit einem Mantel der Demokratie, aber nach innen geht es um eine andere Rhetorik. Und wir haben zu dem Thema, weil wir uns zu sehr fokussiert haben in den letzten Jahren auf den Jihadismus, Salafismus, wir haben zu wenig Forschung, also nicht nur politisch haben wir uns das Thema kaum gewidmet endlich, das Thema des politischen Islams, sondern wir haben kaum Forschungsarbeiten zu dem Thema, die wenigen Arbeiten, die Frau Ministerin gerade genannt hat, aber darüber hinaus gibt es auch für ganz Europa kaum Expertise, auch kaum Grundlagenforschung, allein wenn wir sagen politischer Islam und was damit gemeint ist. Und das ist ganz wichtig und das möchte ich nochmal unterstreichen, was Frau Ministerin gesagt hat, dass es hier nicht darum geht, eine Dokumentationsstelle gegen den Islam zu gestalten, zu organisieren. Es geht nicht um den Islam an sich, sondern wir haben eine Bandbreite innerhalb des Islams an Positionen, an Interpretationen, Auslegungen, an Schulen und worüber wir hier reden, wir reden über eine gefährliche Ideologie des politischen Islams und nicht über den Islam. Und für einen Wissenschaftler ist es erfreulich zu hören, dass hier ein Rahmen geschaffen wird und viel Raum gegeben wird für wissenschaftliche Forschung, für einen Bereich, wo ein Riesendeserater steht in der Wissenschaft, eben etwas, was kaum erforscht ist, kaum Grundlagenforschung darüber gibt. Und da freuen wir uns in der Wissenschaft, dass so eine Dokumentationsstelle errichtet wird, die, wie Frau Ministerin auch gesagt hat, der Grundsatz der Wissenschaft, die Freiheit der Wissenschaft, die Ergebnisoffenheit der Wissenschaft auch bewahrt und garantiert wird. Dazu muss ich auch sagen, ich bin selber ja seit zehn Jahren tätig in Deutschland, ich leite dort an der Universität Münster das europaweit das größte Zentrum für islamische Theologie und wir leiden auch in Deutschland darunter, dass wir genauso wenig Forschungen haben über den politischen Islam, auch die Politik selbst, kennt sich auch kaum aus. Also die Expertise fehlt, aber in der Forschung fehlt auch diese Expertise. Das heißt, diese Arbeit, diese Dokumentationsstelle, und das haben wir heute in einem Expertengespräch erörtert, sie bezieht sich natürlich auf Österreich, aber nicht nur, denn es gibt andere europäische Länder, wo diese Strukturen des politischen Islam sehr stark verbreitet und verankert sind, die angewiesen sind auf solche Arbeiten, auf solche Forschungen. Und so erwarten wir, dass diese Dokumentationsstelle nicht nur für Österreich, also ihre Expertise zur Verfügung stellt, sondern über Österreich in Europa, aber auch über Europa hinaus, auch in die islamische Welt selbst. Ich war vor einigen Monaten auf Einladung des Religionsministers in Ägypten, aber auch in anderen Ländern, islamischen Ländern, die alle dieselbe, also beklagen alle, ja wir haben ein Problem mit dem politischen Islam, auch in den islamischen Ländern, aber wir wissen wenig darüber und vor allem der politische Islam hat ja seine Zentren mehr in Europa mittlerweile als in den islamischen Ländern, weil sie fliehen ja aus den islamischen Ländern und die Zentren, die großen Zentren sind in europäischen Ländern, unter anderem auch zum Teil in Österreich, aber das ist alles ein Gebiet, das kaum erforscht wird. Allerdings die Ideologie des politischen Islams ist eine sehr polarisierende Ideologie, sie spaltet die Gesellschaft, aber auf einer subtilen Art und Weise, anders als der Salafismus oder Dschihadismus, der ganz klar seine Agenden kommuniziert und sagt, wir sind gegen Demokratie und wir sind gegen Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber der politische Islam tritt auf die Bühne auf mit einer Rhetorik der Integration und der Demokratie und der Gleichberechtigung und so weiter, sodass wir diese Strukturen schwer durchschauen, wenn man nicht wirklich in die Tiefe geht und die Strukturen dieser Ideologie erforscht. Und wenn ich sage erforscht, meine ich verschiedene Dimensionen, Frau Ministerin hat ja erwähnt, es gibt ja die Grundlagenforschung, die Dimension der theoretischen Erforschung, also was sind die Theorien des politischen Islams, was sind deren Ideologien, was sind auch deren theologischen Unterfütterungen, wie unterfüttern sie das alles theologisch, das ist nur eine Dimension. Die andere ist die strukturelle Dimension, welche Strukturen hat der politische Islam in Deutschland, in Europa, außerhalb von Europa, wie sind diese Strukturen miteinander vernetzt, das wäre eine Dimension zu erforschen. Eine dritte Dimension wäre die pädagogische, wie rekrutieren Anhänger des politischen Islam junge Menschen, mit welchen zum Beispiel Lehrmaterialien an Schulen oder in Moscheen oder durch andere Medien, gerade auch die digitalen Medien, wie rekrutieren sie die jungen Menschen, wie spielen sie auch mit den Emotionen der jungen Menschen, denken Sie an den Opferdiskurs, an Opferrhetorik, auch mit der sie auch die Identität junger Menschen verunsichern eigentlich. Das wäre auch eine Dimension, die pädagogische, aber auch die gesellschaftspolitische Dimension, denn der politische Islam lebt davon, dass er Feinde konstruiert und das Hauptfeindbild des politischen Islam ist der Westen und da versucht er über die Symbolpolitik hier seine Macht zu demonstrieren. Wir haben das anhand des Beispiels in den letzten Tagen, die Umwandlung der Hagia Sophia Museum, Kirche, Museum, jetzt in Moschee, das ist Symbolpolitik des politischen Islams, ein Paradebeispiel für die Instrumentalisierung der Religion für politische Zwecke, das ist das, was der politische Islam ausmacht. Er ist auf weltliche Macht hinaus, aber begründet durch das Heilige und da wird das Heilige oder wird die Religion hier instrumentalisiert, statt dass der Islam in seiner spirituellen, religiösen, ethischen Dimension kommuniziert wird, stellen sie eben diese Machtsymboliken, machttechnischen auch im Vordergrund und so wird die Religion ausgehöhlt von ihren spirituellen, ethischen gehalten. Das sind unter anderem Instrumente des politischen Islams. Wie gesagt, das sind nur Beispiele. Es gibt vieles mehr und viele weitere Dimensionen, die erforscht werden sollten. Diese Dokumentationsstelle soll dies leisten. Wir wurden als Experten hier mit in dieser Phase der Etablierung dieser Kommission konsultiert und wir freuen uns, dass wir unsere Expertise zur Verfügung stellen und dass hier seitens auch der Ministerin ein großes Engagement auch seitens der Politik um so eine Stelle, die wie gesagt eine Ausstrahlkraft haben wird, hoffen wir und daran wollen wir alle gemeinsam arbeiten, dass sie nicht nur ihre Arbeit auf Österreich begrenzt, sondern darüber hinaus. Und ich weiß von meiner Tätigkeit in Deutschland, Deutschland, aber auch in den Netzwerken, denen ich außerhalb auch Europa, nicht nur in Europa tätig bin, dass sehr viele darauf warten, dass endlich so eine Pionierarbeit geleistet wird und das ist eine Pionierarbeit nicht nur für Österreich, nicht nur für Europa, auch für die islamische Welt. Viele wollen das, brauchen das, viele trauen sich aber nicht beziehungsweise wissen, auf wie viele Herausforderungen da kommen, wie kompliziert das Thema ist, umso mehr freut man sich als Wissenschaftler, wenn so ein Rahmen geschaffen wird, um etwas zu erforschen, was überfällig ist, dessen Forschung überfällig ist und was jetzt geschehen sollte. Und deshalb gratuliere ich Ihnen, liebe Frau Ministerin, auch für diesen Schritt und wünsche uns allen viel Erfolg für diese Dokumentationsstelle. Dankeschön, Herr Wiedino, bitte. Ich werde Englisch sprechen. Ich freue mich sehr, heute wieder in Österreich zu sein und ich kann mich nur dem anschließen, was gerade gesagt wurde, was Österreich mit der Gründung dieses Zentrums macht, ist wirklich Pionierarbeit. Wie bereits gesagt wurde, die meisten europäischen Länder diskutieren das Thema des politischen Islam. Wir haben ja glücklicherweise in letzter Zeit weniger Terrorismusakte gesehen, aber überall in Europa diskutiert man die wachsende Herausforderung des politischen Islam und seiner nicht gewalttätigen Manifestationen. Präsident Macron hat im Februar davon gesprochen, von der Spaltung der Gesellschaft, die der politische Islam in Frankreich bewirkt. Der Bundesverfassungsschutz in Deutschland hat vor kurzem gesagt, dass der nicht gewalttätige, sogenannte legalistische Islamismus eine größere Gefahr für Europa und Deutschland ist als der Dschihadismus. Denn der Islamismus, und ich meine damit verschiedenste Akteure, seien es die muslimische Bruderschaft, seien es die Salafisten, sie engagieren sich für ein Programm des sogenannten Social Engineering und irgendwann hat das eine Auswirkung, die viel größer ist als die des Terrorismus. Es gibt im Wesentlichen drei Herausforderungen. Zuerst einmal das Polarisierungsnarrativ, das Narrativ wir und die anderen oder sogar wir gegen die anderen. Das ist ein hochpolarisierendes Narrativ. Da entsteht eine Gesellschaft, der der Zusammenhalt fehlt. Zweitens, die problematischen Ansichten, die die Islamisten verbreiten. Antisemitismus, sie stellen Gleichheit von Männern und Frauen infrage, Rechte von Schwulen und Lesben. Viele dieser Dinge sind nicht vereinbar mit den Menschenrechten und der österreichischen Verfassung. Und drittens, das ist nicht notwendigerweise ein Sicherheits- oder Terrorismusproblem. Der nicht gewalttätige Islamismus schafft ein Umfeld, das einen Nährboden bildet für das Entstehen radikaler Ideologien. Die Mehrzahl der Aktivitäten der politischen, islamistischen Gruppen finden innerhalb des Gesetzes statt. Sie verletzen nicht das Gesetz, aber die rechtliche Toleranz bedeutet nicht unbedingt Toleranz der Bürgergesellschaft. Es geht darum zu studieren, was die Organisatoren dieser Gruppen sagen. Es muss eine Art Mapping erfolgen. Wir müssen ihre Narrative analysieren, herausfinden, warum es problematisch ist und die Botschaft der Gesellschaft insgesamt vermitteln, dass es sich hier um problematische Akteure handeln, die die Gesellschaft spalten. Das müssen wir auch den Muslimen vermitteln. Es ist, wie ich bereits sagte, ein europäisches Problem. In Österreich gibt es eine Vielzahl von Akteuren. Die muslimische Bruderschaft ist in Österreich vertreten, die ja historisch gesehen ziemlich wichtig ist. Es gab einen prominenten österreichischen Aktivisten, der in Ägypten, in der Regierung, der muslimischen Bruderschaft eine führende Rolle gespielt hat. Aber es gibt transnationale Netze, die über Österreich hinausgehen, in Europa und im Nahen Osten. Wir sprechen von nicht gewalttätigen salafistischen Gruppen, Organisationen, die vielleicht nicht gewalttätig sind, die sich aber für eine volle Abspaltung von der österreichischen Gesellschaft aussprechen, die ihre eigenen Schulden haben und Organisationen, die direkt oder indirekt mit der türkischen Regierung in Verbindung sind, haben ein sehr spaltendes und problematisches Narrativ verbreitet. Das erfolgt ständige Beobachtung, vertiefte Studien, viele Akteure kommen hier ins Spiel. Man muss sich das ernsthaft und in akademischem Rahmen ansehen, um die Ergebnisse den politischen Entscheidungsträgern, der Zivilgesellschaft und der Gesellschaft insgesamt übermitteln zu können. Und ich gratuliere ebenfalls der Frau Ministerin zur Einrichtung dieses Zentrums. Welche Vereine schauen Sie sich da genauer an? Fällt da auch der größte türkische Moscheenverein, die ATIP, unter politischem Islam, unter Ihrer Definition? Ja, ganz grundsätzlich wird das die Stelle entscheiden. Also die Stelle soll unabhängig arbeiten und die Stelle wird aufgrund von wissenschaftlicher Expertise entscheiden, auch welche Vereine hier unter die Lupe genommen werden. Aus meiner Integrationserfahrung heraus sage ich ja. Es ist natürlich wichtig, die Vereine hier, die türkischen Vereine, wo wir wissen, dass sie sozusagen auch vom türkischen Staat sehr stark beeinflusst sind und immer wieder auch türkische politische Konflikte über diese Vereine nach Österreich getragen werden, dass man sich das genau ansieht. Herr Haslacher von der APA, bitte. Ja, ich habe zwei Fragen. Im Regierungsprogramm ist das Mandat dieser Meldestelle, die Sie heute angekündigt haben, ja deutlich breiter gefasst. Da ist ja die Rede von Antisemitismus, ganz allgemein von religiös motivierten politischen Extremismus und auch vom Rassismus des 21. Jahrhunderts, der da sozusagen bevorstehen soll. Was ist denn aus diesen Punkten jetzt geworden? Wieso denn diese Einengung auf den politischen Islam? Und kommt in diesen anderen Bereichen noch was oder war es das? Und die zweite Frage in dem Zusammenhang, Sie haben jetzt davon gesprochen, dass der Bericht über Parallelgesellschaften von dieser Stelle hier gemacht werden soll. Heißt das, es geht hier ausschließlich um muslimische Parallelgesellschaften? Also glauben Sie, dass es im christlich-fundamentalistischen oder jüdischen Bereich keine Parallelgesellschaften gibt oder Parallelgesellschaften, die jetzt rein vielleicht ethnisch begründet sind oder politisch? Danke. Also zu Ihrer ersten Frage, ich habe bereits in den Regierungsverhandlungen mitverhandelt und ich weiß genau, welcher Termin uns im Regierungsprogramm steht, nämlich es steht an zwei Stellen im Regierungsprogramm, um auch die Bedeutung dieser Stelle sichtbar zu machen. Es steht, dass die Stelle eine Dokumentationsstelle für den religiös motivierten politischen Extremismus, ein Klammer politischer Islam sein soll und dementsprechend haben wir das auch abgebildet. Aber ja, auch in anderen Stellen des Regierungsprogramms findet sich die Dokumentationsstelle mit breiteren Zugang in unterschiedlichen Bereichen, weil was wir wollen ist beispielsweise auch, dass natürlich der Rechtsextremismus in Österreich auch noch besser beforscht wird und noch besser aufgedeckt wird und dagegen anzukämpfen. Und ja, natürlich haben wir Vorhaben auch im Bereich Rassismus, Vorhaben auch im Bereich Antidiskriminierung, die wichtig sind auch im Integrationsbereich und die für mich als Integrationsministerin wichtig sind. Diese Stelle soll das machen, was auch schon Expertinnen und Experten schon länger sagen, nämlich genau dort hinzusehen, wo wir jetzt einen blinden Fleck haben. Wie ich auch eingangs gesagt habe, wir haben eine gute Stelle für den Rechtsextremismus in Österreich, wir haben eine, also für den Kampf gegen den Rechtsextremismus, wir haben eine Stelle wie die Bundesstelle für Sektenfragen, die sich diese Schnittstellen ansieht und jetzt braucht es eine Stelle für das Phänomen des politischen Islams. Und ich glaube, insgesamt haben wir dann eine breite Abdeckung für Extremismusforschung, aber diese Vorhaben, die Sie aufgezählt haben, sich natürlich auch gegen Antisemitismus stark zu machen, sich natürlich auch gegen Rassismus stark zu machen. Das wird Teil unserer Arbeit sein und da wird es auch Schnittstellen dieser Stelle geben. Wir haben auch einen Bereich muslimischen Antisemitismus, der auch ein Kriterium oder der auch ein Teil einer extremistischen Ideologie des politischen Islams ist. Und genauso wird es Überschneidungen geben zu anderen extremistischen Bereichen. Wenn ich mir die grauen Wölfe ansehe, dann sehe ich, das ist zum einen eine sehr rechtsextremistische Nationalideologie, zum anderen ist es aber genauso eine Ideologie, die mit dem politischen Islam zusammenhängt. Da wird man stark mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands zusammenarbeiten müssen, um ein Beispiel zu nennen. Ja, natürlich gibt es Parallelgesellschaften in unterschiedlicher Ausprägung. Meine Aufgabe als Integrationsministerin ist es, Parallelgesellschaften an einer Schnittstelle zu Migration und Integration sichtbar zu machen und dagegen anzukämpfen. Das ist meine primäre Aufgabe in unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, eine Komponente davon ist natürlich auch der politische Islam, der hier hineinspielt. Denn wenn man Menschen in Moscheen sagt, dass es gefährlich ist, wenn sie mit der Mehrheitsgesellschaft, mit den Österreicherinnen und Österreichern zusammenkommen, gar Freundschaften bilden, dann ist das eine spaltende Ideologie, die dazu führt, dass wir parallel gesellschaftliche Strukturen haben. Und so werden die Dinge ineinander greifen. Unterschiedliche Facetten, komplexes Phänomen. Daher brauchen wir auch eine breite wissenschaftliche Aufarbeitung. Gibt es zwei, drei Fragen? Frau Poschner noch einmal. Welche Konsequenzen drohen den Vereinen, die sie als dann problematisch einstoffen? Breites Spektrum. Also zum einen geht es uns darum, dass wir jetzt einmal aufklären, hinschauen, wo die problematischen Ideologien sind, wie auch die Expertinnen und Experten und im Übrigen auch das Expertengremium, das ich vorher getroffen habe, wo auch österreichische Experten natürlich dabei sind, wie der Soziologe Kenan Günger, genauso wie die Vorsitzende unseres Expertenrates für Integration, Katharina Babel. Wir haben Susanne Schröter glücklicherweise mit an Bord, die die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam ist. Auch Islamprofessoren sind hier mit dabei aus Österreich. Ich will nicht ablenken. Zu Ihrer Frage, ja, können Sie es noch einmal sagen, bitte? Ja, ich wollte fragen, wenn Sie jetzt irgendeinen problematischen Verein sozusagen gefunden haben, welche Konsequenzen gibt es da? Eine Bandbreite. Zum einen einmal aufdecken, auch sichtbar zu machen, zum einen für die Religionsgesellschaften selbst, für die Musliminnen und Muslime, wo sind problematische Ideologien, zum zweiten für die politischen Verantwortungsträger, es ist oft schwierig, auch, das weiß ich auch aus meiner vorhergehenden Rolle, sich sozusagen zu wissen, was sind Vereine, mit denen man zusammenarbeitet, was sind Vereine, mit denen die Politik und die Öffentlichkeit zusammenarbeitet und was sind keine guten Partner, weil sie im Verborgenen extremistische Ideologien fördern. Aber natürlich, wenn die Dokumentationsstelle strafrechtliches Material findet, wenn die Dokumentationsstelle auch feststellt, dass es hier zu Verstößen gegen das Strafrecht oder zu sicherheitspolizeilich relevanten Aktivitäten kommt in den Vereinen, dann wird man das der Polizei übergeben, so wie es hoffentlich jede andere Stelle auch tut, da wird man hier auch mit der Polizei zusammenarbeiten und Sie wissen, Vereinsrecht ist ein hohes Gut, verfassungsrechtlich hoch verankert, Eingriffe in das Vereinsrecht bedürfen eine gute Grundlage. Wenn diese Dokumentationsstelle eine solche Grundlage auch rechtlich bietet, um Vereine aufzulösen, dann wird man das auch tun. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Als Faktum, um wie viele Vereine geht es da eigentlich? Also ich habe gelesen, die Grauen Wölfe haben ungefähr 20, die kann man da nicht zahlen nennen, weiß man das? How many organizations are working in the field of critical Islam in Austria? Ich sage nur einen Satz, bevor wir zu Zahlen kommen. Und zwar, ich meine, die Dokumentationsstelle soll das ja erst einmal erforschen, Kriterien erstellen, nach welchen Kriterien bewerten wir Vereine nach deren Zugehörigkeit zum politischen Islam, um dann zu sagen, okay, hier gibt es Gedankengut zum politischen Islam in dem und dem und dem Verein. Das heißt, die Fragen schon nach Ergebnissen, jetzt schon. Und ich denke mir, das ist eine Frage der Erforschung, wobei wir jetzt schon wissen, dass es wie Grauen Wölfe oder andere Vereinigungen, Muslimbrüder, die auch stark vertreten sind in Österreich, dass die es gibt. Aber ich glaube, die Arbeit der Dokumentationsstelle wird genau das präzisieren. Und wenn ich nur einen Satz, auch Ergänzung zum Ersten, sagen, auch was die Arbeitsstelle oder die Wissenschaft, was das Interesse der Wissenschaft ist, sind die Methoden, mit denen diese Vereine arbeiten, also die aufzudecken, aber auch aufzudecken, mit welchen Methoden können auch junge Menschen geschützt werden vor Rekrutierung in islamistische oder islamisch-politische Vereinigungen. Also das ist auch eine Frage an die Wissenschaft, an die pädagogische Wissenschaft, auch mit der sich auseinandersetzt. Das heißt, das Interesse der Wissenschaft ist nicht jetzt die sicherheitspolitische, sondern primär die wissenschaftliche Erforschung von den Phänomenen, aber auch von den Präventionsmaßnahmen gegen diese Phänomenen. Es ist schwierig, das zu quantifizieren. Diese Vereine präsentieren sich ja nicht als salafistisch oder als muslimische Brüderschaft. Sie bezeichnen sich nicht so. Die Schwierigkeit liegt darin, dass hier viele Strukturen und Organisationen mit verschiedensten Namen aufgebaut werden. Und es ist nicht leicht, die verschiedenen Gesichter dieser Organisationen zu verstehen. Hinter die Fassade zu blicken. In Österreich und in anderen europäischen Ländern muss man erst verstehen, ob die Organisation, die Moschee, mit der man zusammenarbeitet, nur eine Fassade für eine islamistische Gruppe oder nicht. Wenn jemand eine Organisation Ramadan feiert mit bestimmten Organisationen oder Verbänden, da will man doch wissen, welche Art von Verbänden und Vereinen das sind. Und da braucht es jemanden, der das permanent überwacht und studiert. Erst dann kann man eine Antwort auf die Frage geben. Nun, die Frage war, wie viele sind es in Österreich? Ich glaube, man kann sagen, dass die islamistischen Trends, die es weltweit gibt, die gibt es auch in Österreich. Die Salafisten, die muslimische Brüderschaft. Es sind wahrscheinlich ein paar hundert Organisationen, die diesen Trend vollen und sich unter verschiedensten Namen präsentieren. Wann beginnt jetzt diese Dokumentationsstelle mit Iran? Wann beginnt jetzt diese Dokumentationsstelle mit Iran? Wann ist die Observatory going to start working? Now, we are announcing the vacancy for the Directorship now. We have been elaborating. Wie gesagt, es ist mir wichtig, dass das wissenschaftlich begleitet wird und die Arbeit wird dann operativ aufgenommen, wenn wir die Leitung, auch die Ausschreibung läuft jetzt, wenn die Leitung die Arbeit aufnimmt. Wir haben jetzt die Ausschreibung laufen und das geht wenige Wochen und dann wird das starten. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke für Ihr Interesse. Ich schließe die Pressekonferenz. Dankeschön. Vielen Dank.